Hey, hey Leute, wie geht's, wie steht's und hier ist der YoshiGamer und ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei Let's Play Burn It at Bonus Level Teil 2 Ja, wir haben im letzten Part die ersten zwei Bonus Level geschafft Das wären einmal Bonus Level 6, No Pain, No Gain Das zweite Level, was wir im letzten Part abgeschossen haben ist Boxfahren, was ich sehr lustig fand und total verwirrend Und diesmal haben wir es mit EINEM Bonus Level zu tun Ja, es gibt natürlich Natassia, aber ich habe es nicht geschafft genug Dosen zu holen Wenn wir das Level jetzt machen, selbst wenn wir alle maximal 10 Dosen holen, reicht es nicht aus, um das zweite Bonus Level zu spüren Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal, wenn ich das in der Bonus Level geschafft habe, dass wir diese Challenges mal ausprobieren Was sagen wir mal, was das ist Aber probiert es raus, auf jeden Fall jetzt erstmal kommt das Bonus Level Level 14 Cellar Zombie Und los geht's Leute Und los geht's Okay Wo ist der Messer? Wo ist der Messer? Leute Ja Ich hab also Na Ich hab auch Ich hab nicht Okay Ich hab nicht Ich hab nicht Ja Jau Rece es Dra Ja Ich hab nie Ja Ihr blöde Nährchen. Ein paar Dusen haben wir schon mal. Wir krabbeln uns einfach mal hier durch. Oha. Okay, wir sind aufpassen. Nein. Check durch. So. Und wir gehen. Wir können weiterladen. Da ist Ben. Zumindest in Erlebnisform. Jaja, Leute. Ihr wisst schon. Im Final-Part. Eigentlich im Final-Part. Hallo. Boi. Und hier. Ja. Jetzt aber noch nicht mehr. Jetzt darf ich lieber von oben achten. Ah! Ach, oh! Warte auf, mir aufs Baulzauern! Ah, ich bin! Anyway, ähm, erfüllte Version der Chicken Nuggets! Chicken Nuggets! Nicht Chicken Nuggets! Ja! Ah! Achso, müssen wir... Ah, alles klar! Ja, ich hab's gesehen! Au! Unser Arm! Au! Unser Körper! Alles klar! Okay! Voll! Komisch! Au! Das ist so gefährlich! Au! Und das fünfte Paar Dosen! Der fünfte Haufen Dosen! Der fünfte Haufen Dosen! Der fünfte Haufen Dosen! Der fünfte Haufen Dosen! Der jetzt der sechste Haufen Dosen! Wir kommen gut rein! Aua! Der fünfte Haufen Dosen! Der fünfte Haufen! Ah! Hallo, ich will auch noch was machen. Das ist ein Voruntergang zu mir. Da müssen wir hin. Oder nicht? Doch, ist das. Wow. Krabbel jetzt. Krabbel, oh mein Gott. Ich sehe nichts. Du schaffst das, mein Freund. Wow, es funktioniert. You made it. Und wir haben alle 10 Dosen gesammelt. Super. Wir haben es wirklich geschafft. Und das Bonus haben wir damit. Abschlossen. Allerdings fehlen uns noch 9 Dosen. Ich weiß nicht, ob wir ein paar Dosen kriegen, wenn wir die Challenges machen. Aber wir probieren es selber mal aus. Ich werde weiterhin versuchen, die letzten 9 Dosen zu besorgen. Bis dahin probieren wir jetzt erstmal die Challenges. Aber ich bin ja mal gespannt, was uns erwartet. Wir versuchen einfach mal. Arena of Doom. Und wenn du uns so könntest du rauf in die Arena of Doom. Okay. Okay. Heißt. Ach, wir sollen jedes Mal kreisen auf. Alles klar. Genau. Genau. Wie haben wir uns? Oder kann? Oder? 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 Nein! Nein! Okay. Versuch es doch nach. Wir müssen mindestens einmal rumkommen. Einmal rumkommen. Nein! Das lief nicht so gut. Entschuldigt bitte Leute. Hey! Hey! Ich bin zurück. Und mein Spiel ist irgendwie abgestoßt. Vollzeit wieder. Keine Ahnung, was es ist. Hey! Ach, oh ne. Ich werde es wenigstens einmal schaffen. Okay, ist echt kniffig. Ja, wir haben es geschafft. Oh, oh. Ah, okay. Wir gehen mal zum Main Minute zurück. Das ist die Arena of Doom. Das ist die Arena of Doom. No blood, no fiber. So many. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Ah, wir kommen jetzt mal aus. No blood, no fiber. Kein Blut, keine Shower. So wie heißt es? Das ist die Arena. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich werden wir uns zu den Zuschauern oder von den Leuten selber, die uns angucken. Und wenn wir jetzt hier durchlaufen, dass wir dann die Punkte kriegen dafür. Das könnte jetzt sein. Au! Au! Äh, okay. Auch sehr interessant. Okay, dann gucken wir uns aber das dritte an. Skyscrapper Terror. So, uh, can you reach to go and jump over the little abyss? Uh, okay. Okay. Okay, dann haben wir. Okay, dann haben wir die Punkte zu kommen. Okay, dann haben wir die Punkte zu kommen. Okay, dann haben wir die Punkte zu kommen. Okay. Ja, das ist ein bisschen recht schwer, muss ich sagen. Ah, jetzt klappt's. Ah, Knopf. Sechs Plattformen. Komm, wir schaffen mindestens die zehn. Wir schaffen die zehn noch. Ah, du blöde Plattformen, das ist cool. Ja, ha! Ah, Mist. Er ist nicht gesprochen. Ah, nein. Ja, wir haben die Sitzen erreicht. Ah, okay. Ah, wir haben die 90 geschafft. Das ist das, was ich wollte. So. Auf jeden Fall, das sind schon mal Challenges. Das sind also Herausforderungen, die wir annehmen können. Dann haben wir noch die Bänder im Klips. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal. Wenn wir schon Zeit haben, dann versuchen wir noch mal die letzten Dosen vielleicht zu bekommen. Zu holen. Auch zu viele neue Dosen. Da kriegen wir nur... Nee. Ich habe keine Idee, Leute. Ich weiß, der Part ist etwas kurz. Aber ich denke, ich beende damit diesen wirklich kurzen Part von Let's Play Bender Act. Ich werde versuchen, ähm... ...die letzten neuen Dosen zu sammeln. Und dementsprechend... Ja, sehen wir uns in dem letzten, nächsten Part. Bei dem letzten Bonus-Level. Euer Yashigamer. Haut rein, bis dem nächsten Mal. Und gebt mich dann nach oben. Bis dann. Ciao, ciao. Yashin. Ich bin... Tschüss. Tschüss. Tun supervisor.